Grüß euch liebes Publikum zu einer neuen Folge Hexem! Abenteuer in Osmanien! Jetzt geht's los! Jetzt geht's noch ein paar Hexem! So liebe Zuschauer, ihr seht es kurz nach 4.00 Uhr. Lass dich nicht irritieren hier, jetzt vielleicht ganz hinten 28 Grad Urztemperatur zeigt hier unser Leica FZ an. Das Abenteuer geht jetzt los, schauen wir mal was das wird. Wir haben jetzt gut eineinhalb Stunden Fahrt vor uns bis zum Startpunkt und ich denke die Jungs sind alle richtig scheiße drauf wie immer. Ich kann nicht mehr Klima aufholen. In diesem Sinne starten wir das Ding. Geht los. Bis gleich. Liebe Hexen und Freunde, wir sind jetzt hier an der Auffahrt zu unserem Startpunkt. Jetzt stellt es sich aber raus. Wir können hier gar nicht durch. Verrückt. Schauen wir mal was es da jetzt gibt. Schauen wir mal was man mit 100 Lira anstellen kann. Ob wir hier jetzt was drehen können oder nicht. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es heute auch nur ein lustiges. Wir fahren ein bisschen mit dem Auto rum Video. Schauen wir mal. Wir melden uns gleich nochmal. So. Dieses Ding hier wäre unser Ziel. Jetzt haben wir ein ganz kleines Problem. Ihr habt es ja schon gehört. Wir können jetzt nicht auf dem Parkplatz loslegen wollen. Schauen wir mal. Wir haben uns jetzt die Variante 2 überlegt. Aber ob das heute der Gipfelsturm wird wissen wir noch nicht. Seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall mit diesem jetzt mal los. Bis zum nächsten Mal. 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 Und jetzt haben wir einen Wanderweg gefunden. Schauen wir mal, was das wird. Normalerweise drei Stunden jetzt bis zum Gipfel. Schauen wir mal, was sie hier noch sagen. 1.180 Hebenmeter. Die Jungs denken, es wäre der Weichtweg. Einstieg aber ein bisschen hier hoch. Einstieg. 1.197 Los Angeles 2.800 Hebenmeter. 2.800 Hebenmeter. 3. tribunal St. 3.4 Lass bis zum Sehenmeter. 3. inmikaner Bühne. 3. martinha. 5. neig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. Das war's. Ich muss sagen, wenn der Bauch mitspielt, wenn man die Zeit auf jeden Fall hat, sollte man sich das Ding hier richtig mal anreißen. Das merkt man sich auf jeden Fall mal vor. War herrlich hier und in diesem Sinne schalte ich unsere anderen Abenteuer an. Wir schauen von hier aus. Ich lege auf und habe die Ehre. So Leute, wir sind hier angekommen. War geil, war geil. Ist nicht angekommen? Ja, fertig. Man sieht's hier oben. 2365. Wir haben's geschafft. Natürlich nur ein kleiner Spaß. Hier beginnt die Gondel. Und ja, wir haben's leider nicht geschafft. Es hatte verschiedene Gründe. Aber wir waren mal hier. Stimmt von dem deutschen Hersteller. Wir haben's geschafft. Hör mal, wo kommst du denn her? Kleines Kekker schöner Bogen.